Und damit Leute, Willkommen zum heutigen Stream, Willkommen wieder bei Animal Crossing New Horizons. Es ist wieder soweit, wir spielen zwar wieder und ja, nach einigen Tagen Internetproblemen und wo ich mit mobilen Daten gestreamt habe, sind wir jetzt wieder mit DSL am Start, hoffentlich heute ohne Probleme und ich hoffe auch YouTube haut heute die Glocke raus, das wählen wir aber gleich und ich sehe schon den ersten hier im Chat, moin an Adrian, servus, moin und hier seht ihr meine Lieblingswohnerin Eleonore. Ich hoffe, euch gefällt sie und ich hoffe, YouTube zeigt auch den Stream-Leuch in der Abo-Vox an, das ist ja mein Zuschauer, moin. Jedenfalls, wir fangen jetzt an mit Animal Crossing New Horizons und, äh, okay, alles klar, hau rein. So, ja, es geht los, meine lieben Freunde und wir fangen an gleich, mal gucken, was jetzt hier passiert. Hallo Dyshan, hi. Ich sehe schon wieder irgendwie jetzt, äh, dass ich hier komplett tot los soll, oder? Was ist denn heute los, ey? Geht überhaupt die Glocke raus? Oh Gott, äh, YouTube, ich hasse euch manchmal. Ja, neue Bewohner sind am Start, hier in Animal Crossing New Horizons und ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich mal auf A und gucken mal, was uns heute sozusagen hat. Moin an Let's Dom, hi, hallo Adrian, hallo Vladimir, hi, 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 ah, jetzt geht's dann los hier, jetzt gönnt YouTube dann doch mal ein bisschen, sehr gut. Ach, Mann. Ja, moin, moin. Es geht los, wir haben heute einen hohen Besuch, ein Promi kommt zu Besuch, ja. Genau. Erstmal mit Linda, ne, das ist ganz klar. Hallo, liebe Bewohner, moin. Es ist Freitag, der 27. März. Ja, stimmt, 15.31, stimmt auch, ey, ja, wunderbar. Hier auf Toad Island. Und mein an Blau, Yoshi, Raphael Bros, moin. Habt im Stream geteilt. Ja, ich merke schon irgendwie, äh, ich weiß nicht, was heute schon da los ist. Also entweder mein Internet geht immer nicht oder YouTube will einfach mal überhaupt nicht. Schon wieder so eine bodenlose Frechheit hier, aber willkommen alle, die am Start sind, guten Tag. Tja, heute habe ich eine ganz besondere Ankündigung zu machen, außer dass YouTube mal wieder die Abo-Box nicht funktioniert und die Glocke auch nicht rausgeht. Ähm, wir haben heute, ähm, prominenten Besuch, ja. Der unglaubliche, unvergleichliche Musiker K.K. beert uns auf Toad Island, meine lieben Freunde. Und, ah, jetzt geht's los, ja. Moin an Basti, hi, ja, verbewusst. Jetzt haben wir schon 16 Leute, das ist schön, hi. Moin, moin. Hallo Blau, Yoshi. Und, Silvi wird wieder King Toad. Danke dir. Willkommen zurück bei den VIP Toads, mein Lieber. Ich hoffe, die A, der Alert funktioniert oder auch. Mal gucken. Danke dir auf jeden Fall und willkommen zurück bei den King Toads. Jetzt, genau. Moin an Titan Joe, hallo. Und Felix, moin, Glocke ging raus. Sehr gut. War früher als Glocke. Sehr gut. Jetzt geht's los. Hallo an Felix, hallo Wladimir, hallo Titan Joe, moin, moin. Hallo Lely, ja, unterstützt auch gerne den Stream mit einem Like. Das freut mich und YouTube. Moin an Lely, hi. Und nicht nur das, ja gut, das haben wir, glaube ich, schon, oh ne, noch nicht. Und nicht nur das, es gibt ein Konzert für alle auf der Insel. Yay, hallo Dario, moin. Ich übertrage live in 1080p mit 60 FPS, ja, ja. Genieß die Show. Bis es auch steht, mal gucken. Ist erstmal nicht jetzt groß geplant. Was noch nicht ist, kann er noch werden. Genau. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, ne, meine lieben Freunde, wir gucken mal. Wir gucken, ne. Genau. Und hier erfährt ihr heute auch, wie man Wege freischalten tut. Das wird nämlich auch groß gefragt. Wie schaltet man Wege frei, Leute? Wir werden heute Wege freischalten. Bleiben Sie dran. Hey Toad Island, es ist richtig abgefahren, heute hier zu sein. Hallo KK. Das war immer mein Traum. Schon damals als junger Welpe mit einer Papp-Gitarre. Na gut, mit Papp-Sachen kennen wir uns ja aus. Habt den Stream geliked, ehre. Ich wollte auf eigenen Pfoten stehen. Dorthin gehen, wohin meine Straße mich führt. Immer auf der Suche nach einem magischen Ort, wo coole Leute wie ihr gemeinsam abfeiern. Und einem Streuner wie mir zuhören wollen. Ja, sehr schön. Ah, Schluss mit den sentimentalen Erinnerungen. Legen wir los. Let's go, der Hase. Zeit für den Groove. Guck mal, wie viele Bewohner ich einfach habe. Neu dazugekommen sind die Elefantin in der Nore. Neu dazugekommen ist auch Sophie. Tube und der Hund, der ganz rechts ist. Äh, ganz links. Hallo Chris, moin. Und Alina, hallo. So, jetzt geht's ab hier. Uiuiui. Jetzt geht's ab hier. Willkommen beim großen Konzert. Live-Übertragung. Und die Credits laufen. Wie im ersten Teil auf dem Gamecube. Da liefen auch die Credits. Wenn man KK angesprochen hatte. Ich glaube, KK kam nach dem ersten oder zweiten Tag. Und man konnte dann nach dem ersten oder zweiten Tag direkt die Credits beim Spiel sehen, ja. Und ja, hier geht das jetzt auch. Aber hier muss man dafür erstmal ein paar Sachen erledigen. Wie man hier sieht. Hier laufen gerade die Credits. Uiui. Bruder, du zerstörst die Musik. Bruder, ich liebe dich. Schreib mich an und lass küssen. Danke dir auf jeden Fall. Aber küssen wird nix. Wir haben hier Kontaktverbot, mein Lieber. Selbst wenn ich... Ich stehe auf Mädels. Bist du denn ein Mädel? Ja, danke dir auf jeden Fall für die 5,49. Danke dir. Danke. Und moin an Kjellpeberkamp. Hi. Gern ein paar Herzen für den Chat, Lode. Und ja, danke auf jeden Fall. Und hallo Chris. Moin, moin. So, okay. Wir machen weiter mit dem Konzert hier. Das wurde gerade ein bisschen gestört. Auf jeden Fall danke dir. So, die heilige K.K. Musik. Ja, ja. K.K. ist toll. Ich will ein Autogramm von dir. Sehr schön. Und die Quarts laufen durch. Haben einige mitgemacht am Spiel. Siby. Siby. Ihr stört hier mal im Konzert. Hallo. Wollt ihr mich eigentlich abkassieren? Wie geht's? Wie geht's gut? Mein Internet läuft eigentlich wieder. Einigermaßen. Deswegen bin ich sehr happy heute, Chris. Und Siby stört auch das Konzert. Dankeschön auch für deinen Euro. Sommer. Immer diese Konzertstöre. Können wir jetzt hier weitermachen, ey? Mann, Mann, Mann. Ach, Mann, ey. K.K. singt schön. Yay. Und Herzen sind im Chat. Sehr schön. Oh. Da sind ein paar Schneeflocken. Das ist schon echt süß. Melinda ganz vorne und ich auch mit meinem Mundschutz. Sehr schön. Wie viel da einfach mitgemacht haben, ne? Das ist krass. Das ist krass. Siby. Willst du mich eigentlich abkassieren heute hier? Was ist denn hier los? Dü, 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 dü. Du machst die Überlänge. Wegen dir geht das Konzert länger. Hallo, es ist eine Live-Übertragung. Wir müssen jetzt mal hinmachen hier. Gleich kommt die Tagesschau. Mann, Mann, Mann. Mann, alle, die am Start sind hier. Und danke schön für weiterhin einen Euro. Gönnertort mal noch an dich. Ja, weiter geht's hier mit dem Konzert. Ja, es ist eine Live-Übertragung, oder? Gleich kommt die Tagesschau. Also, macht mal hin jetzt hier. Immer diese Unterbrechung hier, ey. Dü, dü, dü. Oh, das ist schon echt süß gemacht hier. Mit dem Quell ist da durchlaufend. Pulusa Nogami, der Ehrenmann, der Spetun-Schöpfer. Und unser Furukawa, der Nintendo-Chef, hat hier das Projekt natürlich, ähm, gelebigt, ne? Furukawa, der aktuelle Nintendo-Chef, Copyright, Nintendo. Ohne ein Jahr? Okay, das ist interessant. Das gab es ja auch noch nie. Dass da kein Jahr stand. Silvi, nochmal einen Euro. Junge, was ist denn bei dir heute los? Guck, die klatschen alle für dich. Yay, KK, du krasser Typ, ey. Oh, Mann. Ja, danke dir auf jeden Fall für den weiteren Euro. Jetzt kannst du das Konzert aber nicht mehr stürmen, weil jetzt ist es zu Ende. Oh, hallo, Luke. Was geht? Achso, Orange, ich hab alle Früchte. Also, Gerd kommt per Update. Genau, Dishan. Moin alle, die am Start sind hier. Grüß euch, lasst gerne ein Like da, falls ihr den Stream ein bisschen unterstützen wollt. Das würde mich freuen. Und falls ihr neu seid, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. So, das war das Konzert von KK. Und jetzt habe ich unseren Tom Nook. Hi. Grüß dich, Pius. Na, hat dir das Konzert von KK auch gefallen? Ja, klar. Ich bin so froh, dass er bei uns aufgetreten ist. So, was Wunderbares hier. Zur Feier des Anlasses schenke ich dir sein Lied Neue Horizonte. Oh. Sehr schön. Nochmal zwei Euro. Brudi, was ist denn mit dir heute los? Ich trinke jetzt mal ein bisschen Apfelsaft. Prost. Ah. Wo ist denn das Dream Boss? Äh. Gute Frage. Gute Frage. Auf jeden Fall. Dankeschön für die zwei Euro nochmal. Ja. Ich habe auch alle Früchte. Sehr gut. Mir fehlen nur noch Pfirsiche. Sehr gut. Und, ähm. Ich habe auch mal gehört, dass Bananen per Update dazukommen sollen. Deswegen Hype für die Bananen, Leute. Guten laxigen Tag. Hallo Katzbeuten. Moin. Muss meine Google Play Karte loswerden. Das ist super. Ehre. Ja. Moin. Bin auf meinem Zeitaccount. Alles klar. Galaxy Guy. Hi. Nicht Boy, sondern Guy. Ah ja. So. Du brauchst nur etwas, das Musik abspielen kann. Dann kannst du es anhören. Viel Vergnügen. Ach ja. Und noch was Tolles. Keike hat unser kleines Indischen anscheinend richtig gut gefallen. Das finde ich gut. Hat er ein Like da gelassen auf dem Stream. Er meinte, er würde ab sofort jeden Samstag am Abend bei uns spielen. Ui. Dauerkarte kaufen wir uns jetzt also. Bier und Fußball. Mhm. Wenn man früh, mein Mann es mir früher erzählt hätte, hätte es ja nie geglaubt. Toad Island 1, eine verlassene Insel, ist nun eine Location für erlesenste Konzerte. Ich kann dir gar nicht genug danken und allen anderen auf der Insel und allen Zuschauern, die uns auch unterstützt haben. Mein Paket war ein voller Erfolg. Ich hoffe, dass Toad Island auch künftig immer schöner und lebenswerter wird. Ich hoffe, es kommen auch gute Updates. Ja, Nuk, das hoffe ich auch. Du hast so viel zu unserem Glück beigetragen. Kein Zweifel, mit dir haben wir eine goldene Zukunft. Ach, und beim Thema Zukunftsmusik hätte eine Nuk-tastische neue App für dich. Wege, Leute, Hashtag Hype in Chat. Die Macht unserer Insel noch toller und attraktiver. Hier, ich schicke sie dir gleich aufs Snookphone. Ja, ja. Wege in den Chat, Leute. Wege, jetzt kommen die Wege. Halleluja, meine lieben Freunde. Oh, bum, 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 bum. Die Wege sind da. Erhalten? Gut. Die App heißt Inseldesigner. Knackig wie? Dieses gute Stück aus der reputablen App-Schmiede von Nuk-Ink erlaubt größere Umgestaltung der Insel. Anfangs kann man damit zwar nur Wege bauen, bum, 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 aber das ändert sich, wenn man ein paar Mal investiert. Ui, sehr gut. Sehr, sehr geil. Hype, genau. Hallo, Edin. Hype-yous. Moin. So, mit entsprechender Berechtigung darf man dann nämlich sogar Plateaus und Flussläufe anpassen. Ich sag's dir, wenn du erstmal ins Inselgestalten hineingeschnupperst bist, wird's für dich kein Halten geben. Ui, da hast du schon jetzt viel Spaß beim Sammeln der ganzen Gestaltungsberechtigungen. Hach, Toad Island hat sich wirklich zu einem Insel-Juwel gemustert. Ja, ja. In Zukunft will ich unsere Bewohner noch mehr in die Gestaltung unseres schönen Stück Landes einbeziehen. Ja, mach das. Die Zukunft ist rosig, Pius. Ich, ich und Nuk-Ink, wir freuen uns schon jetzt auf weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dir. Wir erweitern gemeinsam unser Spielerlebnis. Deine Idee für Toad Island werden auch in Zukunft Gold wert sein. Davon bin ich überzeugt. Alles klar, hau rein Nuk und endlich haben wir unsere Wege, Leute. Wir haben unsere Wege. Halleluja! Wow, was für ein Auftritt von KK dahin gelegt hat. Jetzt wird langsam der Alltag wieder eingehalten. Nein, jetzt geht's erst richtig los. Aber das heißt nicht, dass man nicht jeden Tag genießen sollte. Genau, Leute, genießen wir jeden Tag. Und Eleonore ist direkt links da im Bild zu sehen. Sie guckt zu, was passiert. Eleonore, oh, was machst du da? Die trinkt irgendwas, ja. Die kannst gleich abwarten, endlich mal Wege zu sehen. Eleonore, ich bin auch so im Hype, Eleonore, ich liebe dich, ich möchte ein Kind von dich. So, mein Nuk von Klinget, okay, ja. Ist das wieder das Übliche? Ja. Jaja, Verkaufskiste, 2000 Sternis, juckt nicht. Und moin an Eiergott Kilian, hallo. Und moin auch an Nono. Moin, ich schreibe heute nicht im Chat, alles klar. So, wir haben jetzt die Wege, Leute. Wir haben die Wege, hallo an Instamar, hallo. So, endlich kann ich wieder vernünftig streamen, wir haben wieder normales Internet hier. Endlich wieder meine 10 Mbit Upload und da haben wir es. K.K. Konzertkartenkäufer. Das erste Mal waren wir bei seinem Konzert und es gibt erstmal Stern, äh, nicht Sternis, sondern Meilen. Okay. Ja, sehr geil. Sehr geil. So, ähm, Post machen wir später. Ich bin jetzt zu sehr im Hype. Wir müssen jetzt erstmal, ich habe ja hier provisorisch, ähm, Wege gemacht mit der Design-App, ne, wisst Bescheid. Das haben wir ja mal, habe ich mal in einem Stream ein bisschen thematisiert. und jetzt Leute, gehen wir zum Insel-Designer. Bum, 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 bum. Insel-Designer, mit Hilfe dieser App kannst du Bauarbeiten durchführen und so die Insel umgestalten. Gegen Nuck mal, erhältst du weitere Sachen. Jo, hat der Nuck schon gesagt. Ist okay, ist okay, okay, ja, alles wunderbar. Let's go, der Hase. Ähm, Bauarbeiten beginn, Aufräumservice. da hinten ist ein Ballon. Okay. Alles klar. Drücke plus, um die Art der Bauarbeiten zu ändern. Okay. So, jetzt sind wir hier. Bob, Bob der Baumeister, okay. Was ist das jetzt hier? Ah ja. Ich kann es jetzt wieder rückgängig machen. Stopp. Hallo. Ah ja, ich habe bisher Gras und Sand. Ah ja. Dann mach da wieder Gras hin, bitte. Und erst mal grünen wir uns den Ballon. Ballon. Ich habe ja, meine Eleanor hat hier einen schönen Garten bekommen, ne? Und wie alle. Wo ist der Ballon jetzt hin? Ach, da ist er. Ballon. Ballon. Willen wir jetzt nicht hier sagen, ich habe jetzt hier keinen. Doch. Warum ist das nicht ausgerüstet? Sag mal. Ich glaube, es hackt. Da, Ballon. Hallo. Es war verfehlt. Sehr gut. Jetzt aber. Sehr gut. Und moin an alle, die am Start sind. Ja, Bob ist back. Genau. Bob, der Baumeister. So. Wir haben unser erstes Geschenklo, die. Eine Bambuswaldtapete. Habe ich die nicht schon? Weiß ich gerade gar nicht. Ne, die ist neu. Okay. Okay. Du musst Wege kaufen. Alles klar, Kilian, würde ich das sagen. Dishan, alles klar. Jo, dann gönnen wir uns mal ein paar Wege bei dem Rathaus mit Nugmalen. Genau. Genau. Besser spoilern kann man nicht, oder? Als ob das jetzt irgendeine Besonderheit war, dass der kommt. Der ist doch schon längst bekannt. Na ja, das kannst du denn zu jedem Let's Play Part sagen, ne? So. Außerdem ist es ja kein Story Let's Play. Also, ich weiß das schon seit 100 Jahren von anderen YouTubern und sonst wo. Ist ja jetzt keine große Besonderheit. In dem Crossing ist es ja keine wirkliche Story Let's Play. Das geht einfach nur darum, hier die Sachen freizuschalten. Ui. Ui. Ja, Moin. Da gibt es ja einiges. wie man hier sieht. Ah, und die Gewässerlizenz und für den... Ah, ja. Für jeweils 6.000. Okay. Cool. Was für einen Weg soll ich mir denn gönnen, ey? Holzfahrt. Nee, das passt nicht so geil. Bogenpflaster. Ah. Sandweg feiere ich auch nicht so hart. Schwarz, was? Schwarzerdeweg. Aha. Steinweg. Ich glaube, ich nehme einen Terra. oder Ziegel. Was soll ich nehmen? Terra oder Ziegel, Leute? Ich wusste es nicht. dann sorry, aber wie gesagt, in dem Crossing ist es kein wirkliches Story Let's Play oder Spiel. Ja, Steinweg oder Ziegel. Ich finde die beiden nämlich ganz geil. Sowas Helles, weißt du? Und man kann sogar eigene Wege designen. Das ist auch geil. Ich glaube, ich nehme mal den, ne? Ziegel, ne? Ja, mal gucken. Moin an Daniel, hey, hi. Pius, du hast jetzt Wege, das muss gefeiert werden. Ja, wir feiern es jetzt richtig hart jetzt hier. Deswegen gebe ich dir zusätzlich zu deiner Gasmaske ein Item deiner Wahl aus meinem Katalog. Ah, ja. Eben die Ziegel. Nicht die Ziegel, die Ziegel. Ziegel wegen Backstein. Gute Idee. Stimmt. Das passt echt gut zur Brücke. Hast recht. Nimm mir die Ziegel. Komm. Du könnt ja auch mehr kaufen, ne? Ist ja gar kein Problem. Und Luke's too high. Du lebst noch. Sehr gut. Ich dachte schon, der ist irgendwie, keine Ahnung, hier an Colonna. Mit Yoshi gestorben oder so. Hab keine Ahnung, ne? So. App wurde aktualisiert. Sehr gut. Hoffentlich funktioniert. Ohoho. Ja, wir haben jetzt endlich hier Wege gekauft. Ja, sehr schön. Jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's ab. Genau. Oder wenn ihr auch so am Hype seid, dann müsst ihr auf jeden Fall unbedingt ein Like da lassen. 20 springen die Like-Warten. Und hier, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich hab hier mein Kanal-Logo als Stadtflacke. Ist ja ganz klar. So. Und jetzt geht's ab hier. Wir fangen natürlich erstmal bei meinem Haus an, ne? So. Hier ist weg damit. Mit den alten Billigwegen. Die einfach nur welche Designs sind, die ich aus Google habe. Ist ja trotzdem ganz schön, aber richtige Wege sind doch deutlich geiler, oder nicht? Jetzt muss das hier alles weg. So, wir fangen erstmal an. Äh, Plus. Und jetzt haben wir hier unseren Ziegelweg. Mit A können wir den jetzt betätigen. Okay. Ja, das soll jetzt natürlich nicht. Oh Gott. Kann ich den nicht irgendwie rumgehen und den gedruckt halten, oder so? Nicht? Ich muss ernsthaft jedes Mal einzeln drucken. Ah ja. Ja. Oh, bitte macht den doch nicht immer wieder weg, ey. Okay, es ist auf jeden Fall ein bisschen, äh, anstrengend. Sagen wir mal so. Aber wir schaffen das. Unseren Weg zu bauen. Ja, ja. Ja. Das ist schon mal ganz nice, oder? Ja. Wann kann man Bewohner per Amiibo-Karten einziehen lassen? Sobald du einen Campingplatz hast, kannst du dort, ähm, Bewohner einziehen lassen. Das habe ich auch gemacht mit meiner Eleonore hier. Die habe ich nämlich als Amiibo-Figur und die funktioniert als Amiibo-Karte und deswegen kann ich sie hier einziehen lassen, was ich auch gemacht habe. Dafür muss man sie dreimal auf den Campingplatz einladen und jedes Mal, wenn du sie einladen tust, musst du halt, ähm, natürlich sie mit, sie ansprechen und besuchen, ne, im Zelt. Und jedes Mal möchten die Bewohner was gebaut haben. Also du musst in dreimal was craften und dann, jetzt nehmt er den, ich nehmt er auch noch den Zaun mit. Könnt schon wieder ausrasten hier, ey. Jesus. Okay, so. Du sollst nicht, du sollst keine Zäune mitnehmen, du sollst auch den Boden nicht wieder wegmachen, du sollst einfach nur Boden dahin machen. Vielen Dank. Eieiei, ein Stress auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, man muss dreimal einen Bewohner auf den Campingplatz einladen und dann wird er beim dritten Mal müsst ihr auch freien Platz haben. Heißt, ihr müsst vorher ein Grundstück kaufen, damit ihr Platz habt, diesen Bewohner einziehen lassen zu dürfen. Genau. Genau. Ich wollte eigentlich warten, bis ich dir 10 Euro spende, weil so etwas Liebe für TT, aber ich bin blöd, hab es gestern ausgegeben. Was? Was hast du gekauft? Pius ist am Anfang anstrengend, dann nicht. Okay. Sehr gut. Ich mache hoffentlich, ich verlege jetzt auch nicht die ganze Insel hier mit Wegen. Okay, ich wollte gerade sagen, ey. Ich verlege jetzt auch nicht die ganze Insel hier mit Wegen. Ich möchte es nur mal ganz kurz ein bisschen zeigen, Leute, damit ihr wisst, wie das Ganze so aussieht, wie das Ganze hier so läuft und dann machen wir was anderes. Wisst ihr Bescheid? Weil das Ganze jetzt zu zerlegen und so, oder nicht zerlegen, sondern verlegen, das dauert etwas, wie man sieht. Man kann nämlich nicht einfach mal so durchziehen, hinein, man muss jedes Mal neu klicken und das dauert, macht das doch nicht wieder weg. Kann ich eigentlich hier noch ranlegen oder geht das nicht? Nö. Okay, dann bleibt da jetzt so ein grün Streifen, ist auch ganz okay. so. Sehr schön. Wir müssen erst mal zu Nook reingehen und für Roblox und so, okay. Du kannst die Ecken der Wege auch abrunden. Jo, das ist mir klar, aber habe ich aktuell nicht nötig. Höchstens hier, aber ja, mal gucken. Jedenfalls können die alten Wege jetzt weg. Ich bin jetzt nämlich Premium Nutzer, ich brauche das nicht mehr. Fangen wir hier noch ein bisschen an, damit ich mal sehe, wie das Ganze so mit dem Rathausplatz abschließen tut oder auch nicht. Das werden wir gleich sehen. Joa. Warum ist da jetzt ein grüne, warum ist jetzt hier so eine grüne Fläche? Nintendo, warum? Ich will das hier genau haben. Das regt mich schon wieder auf. Das belastet mich schon wieder mehr als es sollte. Das ist eine sehr hohe Belastung, finde ich. Joa, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen eingezäunt hier die Blumen, damit hier keiner durch die Blumen läuft, sondern schön außenrum muss. Wie sich das gehört, Leute? Immer außenrum gehen, nicht einfach durch Grünflächen gehen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das macht man nicht. Hallo, Sies. Moin. Das ist nicht in Ordnung. So. Ja, so sieht das Ganze aus. Sehr schön. Ja, wie gesagt, den Rest mache ich einfach später, ne? So, ähm, ich werde mir bei meiner Insel viel Mühe geben, wenn ich das Spiel habe. Jo, das mache ich hier auch, ne? Und ich überlege jetzt hier so ein bisschen den Weg weiterzuführen, aber mit einem Trampelfad. Das müsste ich auch gerne mal was sehen hier, aber das ist mir nicht gegönnt, ne? Briefe, genau, die machen wir auch noch. So, guck mal, hier so ein Trampelfad. Genau. Der führt einmal so zu meinem Haus. auch, mach den Donnie wieder weg. Ey, ich könnte heute, hallo. Wieso macht er jetzt keinen Weg hin? Hä? Bist du irgendwie lost oder so? Hallo? Ey, der regt mir jetzt schon wieder auf hier. macht er jetzt einen Weg hin? Bruder. Ja, die Wege machen Spaß. Okay, so, kann ich jetzt die da wieder ranschieben oder ist irgendwas nicht gegönnt? Ja, geht doch. Dankeschön. Vielen Dank. Nee, oder? Okay, nee, das war wirklich nicht so. Okay, das war anscheinend echt ein bisschen Abstand, habe ich gar nicht gesehen. Aber anscheinend ist da wirklich ein bisschen Abstand. Okay, ist okay. Ist okay. Ich habe wieder einen Ballon irgendwo. So, ich möchte mal kurz zeigen, kann man hier unter dem Haus bauen? Unter dem Haus, habe ich gesagt. Oh, vielen Dank. Hallo, Julia. Oh, ist das geil. Auch beim Briefkasten? Beim Briefkasten? Also gleich flippe ich hier wieder aus, ey. So, erstmal hier mein Programm, okay? Hab irgendwas bestellt, keine Ahnung, ey. Und von Markus, moin, hallo. Und von Trita. Ah, da habe ich gestern einen Brief geschickt mit Nussi, habe ich einfach nur geschrieben, das ist nämlich ihr häufiges Wort, das heißt Nussi, deswegen habe ich hier Nussi geschrieben, deswegen mal gucken, was sie mir geantwortet hat. An meinen lieben Pius, dein stilistisches Talent ist übertroffen, unübertroffen. Selbst die kürzeste Karte übermittelt all deine Gefühle, das ist eine seltene Begabung und ich werde mir Mühe geben, dir nachzueifern. Ich habe einfach nur Nussi geschrieben, danke dir Trita. Das erweitert mein Leben. So, wo ist denn jetzt hier, was ist denn jetzt hier los? Nimm doch das Ding da, Junge. Können wir schon wieder durchdrehen. So, komm. Sehr gut. Okay. Hallo Tim X2, hi, servus. Geht's dir gut? Moin, moin. Okay, so. Gleich platzt mir eine Schlagader. Weißt du, das verstehe ich nicht. Man kann hier auswählen, Gras, ne? Das kann man auswählen. Wieso macht er das denn mit A wieder weg? Nur wenn ich daneben stehe. Mach das nicht immer weg, Junge. Wieso gibt's denn das Grasding, wenn man das eh anders wegmachen kann? Das macht keinen Sinn. Boah, das kriegt mich wieder auf, ey. Mach den Scheiß nicht alle drei Sekunden weg. Dankeschön. Platz mir eine Schlagader. Hallo, deutscher Juan, Juan und Moin an Nilotex. Oder Nilotex, genau. So muss das, genau. Okay. Das wird langsam. Oder auch nicht. Jesus. Willst du mich eigentlich abkassieren? Du hast das hier weiterführt. Es ist schon, ja, man muss sich dran gewöhnen. Dann irgendwann wird das noch was hier, hoffe ich. Pius hat Spaß mit Wege. Ja, definitiv, ey. Das ist doch so ein Durchfall. Du bist heute unter dem Weg. Ich reiß gleich das Haus ab. Mach doch das. Oh, Mann, ey. Jetzt schon wieder so heulen, ey. Mach doch da bitte weiter. Bitte, bitte, bitte. Ich, ich rufe, ich gehe gleich in die Kirche und bete. Mach doch da bitte weiter. Hier, ich rufe vielleicht meine Mama, ey. Hallo. Ich rufe vielleicht mehr so. Was hat denn Sanitäter für mich? Das ist doch mal mit Abstand der größte Müll, den ich jemals gespielt habe hier. Wieso machen wir es denn nicht so wie drinnen? Das ist einfach so ein Editor öffnet, du kannst einfach Linien ziehen oder irgendwie sowas wie halt im Haus, so ein Pro-Modus. Wieso muss ich das hier so umständlich machen? Und dann funktioniert es doch nicht. Briefkasten mit Y aufheben, Pius. Wenn das nicht funktioniert, die Funktion wird bald freigeschaltet. Man kann die aufheben? Was? Du hast gerade mein Leben erweitert, Kollege. Ehre an dich, Blaue Yoshi. Das wusste ich ja noch gar nicht. Wenn geht das denn, ey? Hallo Lars, moin. Oh, hallelujah. Ey, das war ja gerade mal ein Krampf. Jetzt abrunden. Oh, perfekt. Perfekt. Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott. Leute, ich bin jetzt gerade hier. Mein Leben ist erweitert. Alter Schwede, kann ich das jetzt überall platzieren oder was? Ja, moin. Nein, du sollst nicht den Briefkasten mit Wegen voll machen, du sollst einfach nur den... Ah ja. Ich würde ihn gerne hier stehen haben, oder? Na, warte mal, warte mal. Wir machen noch mal einen weiter. Obwohl, das sieht so hässlich aus, oder? Na, warte mal. Wir machen den ein bisschen abseits, und zwar hier so hin. Genau. Und dann machen wir den hier so hin. Genau, ja. Dann soll der hier bitte einmal hin. Hier gerade hin. Ist das möglich? Vielen Dank. Vielen Dank. So. Ja, das sind auf jeden Fall die neuen Wege, meine lieben Freunde. Ich möchte ihn einmal bitte einmal bis zum Wasser hier führen. Das sieht jetzt ganz nett aus. Ob ich das so lasse? Mal gucken. So war das nicht gemeint. Das ist schön. Das sollst du jetzt einfach nur weiter. Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen auf dem Kanal, mein Lieber. Grüß dich. So. Es war ein langer Weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist geschafft. Obwohl das nicht hässlich aus. Oh, nicht unbedingt besser, aber kann ich es hier so weiterführen. Ja, mal gucken, ey. Das soll auch einmal zum Zeigen sein, ob ich das so lasse. Mal gucken. Keine Ahnung. Oder ich mache es nach dem Briefkasten einfach zu Ende. Das könnte auch sein. Ja, machen wir es weg. Das gefällt mir so nicht. Nach dem Briefkasten ist Ende, genau. Ja, genau. Hier so abrunden. Genau. Ja, genau. Genau das wollte ich haben. Ja, was? Man kann den Briefkasten aufheben. Man wusste ja auch noch nicht. Habe ich wieder was gelernt. Man kann ohne Konsequenzen die Zeit nach dem Skippen wieder auf Normal stellen, oder? Jo, das geht. Solange man keine Events gibt. Also ich würde das nicht unbedingt auf 1. April und so stellen, weil das ist ja Ostern und so. Oder ab 1. April ist Ostern, glaube ich. Aber davor sollte es keine Probleme geben. Yes, so. So ist doch schön. So ist doch schön. Finde ich zumindest. Erstmal für den Anfang. Hui. Erweitere dein Spielerlebnis mit Nintendo Switch Online. Ja, auf jeden Fall. Moin an Farmwilbe. Hi. Moin. Ich kann nicht mehr okay, okay sagen. Ich muss von jetzt an immer nur okay, okay. Genau. Ah, sehr schön. Das ist ja mal nice. Man kann den Briefkasten jetzt einfach an den Vorgartenzaun stellen. Stimmt. Gute Idee. Aber ich kann es in meinem Fall dann nicht mehr so gut erkennen, weißt du? Weil hier sind Bäume und so. Und dass das schon wieder eine Lücke ist, das regt mich so auf, ne? Warum? In Todesnamen ist dort eine Lücke. Why? Why? Das denkt ja auch der Pinguine hinter mir. Der ist ja auch nur so. Wirst du mich verarschen eigentlich? Ja, das denke ich mir auch. Warum? Das sieht man vor allem. Ich muss einmal zurück ein bisschen Affe saft trinken. Hallo Sieben. Hi. Moin. Oder Moin an König Bowser. Hi. Da platzt vielleicht eine Schlagader. Da platzt vielleicht eine Schlagader. Gut. Lassen wir das erstmal. Kommen wir wieder runter. Sonst platzt noch was heute. Wir gehen erstmal einkaufen. Einkaufen kann die Depressionen windern. Hab ich gehört. Deswegen gehen wir jetzt einkaufen, liebe Freunde. Oh Gott. Was ist das denn hier, ey? Warum ist da was verkauft? Ich war noch gar nicht hier, ey. Was ist das hier? Eine Puppe? Irgendwelche Schreibsachen? Ja, verkauft. Und ein dummer Klavierhocker. Ist das euer Ernst? Wen wollt ihr eigentlich abkassieren? Ey, das ist halt nur... Nur Müll hier heute wieder, ey. Ab wann kann man den Briefkasten verstellen? Das kann ich dir nicht sagen. Hab ja auch gerade das rausgefunden. Da muss jemand anderes fragen. Die Funktion geht aber erst, wenn man ein bisschen gezockt hat. Okay, alles klar. Verkauf. Shit ist zum Verkauf. Genau. Es war ein langer Weg. Joke des Tages. Ich bin so lustig, ne? So. Ich war ja ein erfolgreicher Denker. Deswegen, Leute, habe ich hier extra... Ich kann ein bisschen mal rumgehen. Habt ihr jetzt ein paar Tage nichts mehr gesehen. Und zwar habe ich hier jedem Bewohner einen Garten gebaut. Das ist ja unser Sportfreak. Der hat deswegen ein paar Sportsachen. Und damit er in der Hitze beim Sport machen nicht stirbt, hat er eine Außenklimaanlage. Ja, ja. Dann haben wir hier unsere Mareide. Da eben mal unser Rudi. Links. Dort liegen. Ein bisschen Musik hier. Und so. Hier ist eine Brücke. Rechts. Da geht es zum Campingplatz. Hier ist unser Pinguin. Unser Typ, der wohnt hier. Genau. Und hier haben wir die Schneiderei stehen. Aber das wisst ihr ja. Aus dem letzten ist Beam. Hier ein Nuckladen. Das wisst ihr auch. Und dann habe ich hier so ein paar Bäume gepflanzt mit Früchten. Hier ist eine Uhr. Ja, auch ein paar Blumen lang gemacht hier. Und noch eine Brücke. Und hier eine Brücke. Zwei Sitze. Noch eine Bergbank. Ein Automat. Hier oben geht es zu meiner Orangenplantage. Die ist hier. Genau. Hier wachsen auch schon die Ersten. Aber sehr gut. Money, money, money. Lotto-Gewinn. Auszahlung heute. So. Hier geht es zu unserem neuen Bewohner. Ausland-Pferd. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Karte ist hier. Okay. Und zwar. Ähm. Ja. Trita haben wir hier. Carsten. Mareile. Rudi. Eleonore. Ich liebe sie. Sophie. Gabi. Tube. Und Thomas. Die Eisenbahn. Und. Falls ihr es noch nicht wusstet, Leute. Ihr könnt. Euer Passfoto auch ändern. Ihr müsst einfach nur auf Bearbeiten klicken. Und dann auf Passfoto ändern. Kann man hier immer zwischen drei wählen. Das ist mein erstes Foto. Das ist vom Spiel aus gemacht worden. Da habe ich noch zwei eigene. Und die kann man dann halt irgendwo hingehen. Und dann einfach fotografieren. Und dann als Passfoto hinlegen. Äh, festlegen. Und dann hier noch mein toller Titel. Ab und zu Influencer. Ja. Ab und zu beeinflusst sich alle. Ja. So. Okay. Wir sind erfolgreiche Denker. So. Äh. Gibt es hier irgendwas für uns? Oder warum ist das hier so? Ah, ja. Gestalte deine Insel. Yay. Erfolgreiches Denk. War Mareide nicht die mit Hühnermist? Ja, genau. Das ist meine erste Bewohnerin gewesen. Zusammen mit Rudi. Genau. Genau. So. Ja. Und hier wohnt meine ganz süße Trita. Die kennt ihr ja auch schon. Glaube ich, ne? Und alle haben halt ihren eigenen Garten. Ja, genau. Trita ist umgezogen. Trita habe ich ja damals, ähm, so nah gehabt. Jetzt habe ich jetzt tatsächlich trotzdem wieder einen Bewohner. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, Trita habe ich dann umziehen lassen, weil ich sie so liebe. Und zwar wohnt sie jetzt einfach mal neben einem Wasserfall. Ist das nicht episch? Wenn das kein geiler Garten ist, weiß ich auch nicht. Sie wohnt einfach neben einem Wasserfall, Leute. Nussi, genau. Wenn das nicht episch ist, dann weiß ich auch nicht. Da würde ich auch gerne wohnen. Vor allem muss das richtig erkühlend sein. Richtig frisch. Richtig kühl. Wenn im Sommer die Hitze ist. Und du hast einfach einen Wasserfall neben deinem Garten. Epic. Ja, moin an ein paar. Ja, moin. Und ja, die hat ein Laufgerät. Und hier wohnt unsere Gabi. Der Hase, ne? Die gerade im anderen Garten ist. Was machst du da, Gabi? Gabi, machst du einen Bruch bei Thomas? Gabi, was machst du in Thomas' Garten? Es geht nix über totale Zufriedenheit. Deswegen muss ich mal kurz bei Thomas in den Garten reingehen. Mal gucken, was er hier so hat. Pass auf, vor Einbrechern. Hey, und lächeln. Auch wenn du einen siehst. Immer lächeln. Komm schon, Pius. Lass uns zusammen lächeln. Oh, wir müssen uns mal vorstellen. Ihr seht jemand anders in einem Garten von eurem Nachbarn. Du sprichst diese Person an. Und die Person, der Einbrecher, sagt zu dir. Hey, Pius. Lass doch zusammen lächeln. Geh nicht zur Polizei. Lächeln wir zusammen. Es ist alles schön. Everything is awesome. Okay, dann lächeln wir zusammen. Yay. Sind Emotionen nicht total mega? Dieses Lächeln werden alle lieben. Ui, eine neue Emotion. Ich habe die Emotion in Zufriedenheit gelernt. Ja, das passt jetzt am heutigen Tag. Internet geht wieder einigermaßen. Und ich habe Wege. Ja, und Gabi macht jetzt weiter einen Einbruch im Garten von Thomas. Der gestern eingezogen ist. Deswegen begrüßen wir mal unseren neuen Thomas. Weil ich habe noch nicht seine Wohnung gesehen. Da gestern die Umzugskartons da standen. Wie viele Sterne ist das? Keine Ahnung. Gucken wir da mal. Oh. Du wohnst aber echt geil, muss ich sagen. Thomas. Sommer. Schön. Ey, die will ich haben. Das ist da oben. Das brauche ich. Für meine Küche. Das ist ein Regal. Hallo Thomas. Moin. Bei dem sieht man nicht die Augen. Oh Pio. Sorry. Ich stecke gerade bis zum Hals in meinem neuesten Bastelprojekt. Was denn für eins? Joa, sehr gute Frage. Das Produkt meiner handwerklichen Eskapaden soll eine Eisenhäuser. Holzwandwurst an. Oh, die nehme ich. Die nehme ich. Dass die Eugen Eingebungen zu diesem Projekt in Tiefschlaf hatte, tut dabei überhaupt nichts zur Sache. Willst du mehr wissen? Träumst du etwa von einer Eisenholzwandwurst? Ja klar. Ja, gib her. An meinem Traum erinnere ich mich schon gar nicht mehr, aber ich habe mir alles in dieser Anleitung notiert. Joa, joa. Könnt ihr. Hau rein, Kollege. Die Anleitung kommt von mir, also kann gar nichts schief gehen. Versuch's mal. Hau rein. Tschüss. Okay, danke, Thomas. Ehre. Jetzt haben wir eine Uhr in meiner Bude, neben meinem Wecker, den ich habe irgendwo. Und ich muss euch noch mein Haus zeigen, Leute. Genau. Das ist ja auch ein wenig verändert. Im Vergleich zum letzten Stream. Hier, unser Rasenmäher. Für Thomas. Eck. Böse Leute würden sagen, er könnte damit erstmal seine Frisur mähen. Aber, sowas würde ich niemals sagen. So, Gabi hat anscheinend genug geklaut. Und zwar Stecker. Ja, Gabi, ey, du kleine Räuberin, du, ey. Anzeige bei Polizamburg ist raus. Sehr schön. Thomas weiß, wie man es macht. Genau. Weißt du, wie man eine Bauklotzanlage macht? Weil die brauche ich. Aber kein Bauset. Ich habe eine. Glaube ich, ne? Ich habe, glaube ich, eine Anleitung. Äh, eine Anlage. Ich weiß gar nicht, wo die her war, ey. Ähm, wo ist denn die, ey? Ja, gute Frage, ey. Habe ich die Ernsthaftkarte geskippt? Da. Bauklotzanlage. Ja, die habe ich. Die habe ich. Ich kann dir gerne mal eine bauen nach dem Stream. Oh, eine Flaschenpost sehe ich da gerade. Epic. Gönnung. Und ja, die Geschenke müssen wir auch noch auspacken. Lul. Windrad habe ich also bestellt gestern bei den Nookmainen. Sehr schön. Und wir haben noch ein bisschen was anderes hier. Und zwar... Ein Matschboden. Aha. Toll. Dampfgarer. Ah, ja. Okay, Flaschenpost erstmal. So. Ähm. Ein Ukulele. Ja, moin. Okay. Wie viele Bewohner kann man haben? Das weiß ich gar nicht. Weiß jemand von euch? Wenn ja, schreibt es gerne mal in den Chat, Leute. Ich weiß es nicht. Mindestens zehn. Das weiß ich aber. Aber wie viele genau das... Was ist das denn hier? Ach, den habe ich schon. Okay, dann... Ja, cool. Dann erstmal die Eisenwand, Uber. Yay. Und was haben wir hier noch so? Genau, das Windrad. Da müssen wir mal ganz schnell nach oben gehen. Aber wir gehen erstmal mal in ein Haus. Genau. Ja, hier hat sich jetzt nicht so viel verändert. Alles so wie bei den anderen Streams auch, ne? Aber im Haus. Da hat sich so einiges verändert, Leute. Und jetzt seid gespannt. Macht eure Augen ganz weit auf, Leute. Jetzt kommt hier die Hype-Explosion. Ein neuer Teppich. Neue Tapete. Eine Videokamera für 30.000 Sternis, ja. Aber ich als YouTuber, ne? Ich brauche eine Videokamera, ist ja ganz klar, ne? Joa, ein Ledersofa. Ich mag zwar eigentlich nicht Leder, aber... Ne, ist das einzige Sofa, was ich bisher habe. Und von Dishan habe ich eine... Enemy Crossing Switch bekommen. Danke, auf jeden Fall an dich. Na, Ehre. Ja, hier ist meine normale... Bild von meiner Lieblingswohnung, Eleonore. Könnt ihr bei der, ähm... Amiibo-Insel bekommen. Da könnt ihr ja hinfahren. Zur Harvey... Harveys Insel oder so. Ein goldener Kerzenständer, ja, ja. Ja, hier so ein Schrank, ne? Und... Joa, das ist aktuell so mein Wohnraum. Wohnzimmer, Schlafzimmer in einem. Gehen wir mal nach rechts. Ne, nach links. Zur, ähm... Zum Badezimmer. Und das ist mega episch. Tada. Ich finde das so nice. Ich finde das so nice, Leute. Real Talk. Ich mag diese, diese Fliesen. Unheimlich gerne. Und vor allem hier mit der Lampe. Erzeugt das so einen geilen Blauton. Und der Boden ist auch mega schön, finde ich. Also in meinen Augen, ne? Ich finde das sehr hübsch. Hier mit dem kleinen Waschbecken. Die Toilette. Die Blume hier. Taschentücher. Stabsarger. Wäsche. Mülleimer. Eine Badewanne. Eine Dusche. Erstmal duschen. Nach der, nach der Bauarbeiten hier. Oh, sehr schön. Die Wege haben so einen Dreck verursacht. Wir müssen erstmal hier uns duschen. Mit nem Helm auf. Macht Sinn. Ja. Toilette. By the way, kann man bei der Toilette sogar, ähm... Wenn man jetzt was gegessen hat. Warte, das machen wir mal eben. Ach, schade. Hab ist hier nix. Warte mal. Lager. Hab ich da noch irgendwas? Kleinkram. Komm, irgendwas zu essen hab ich doch auch noch. Lager nicht. Sehr gut. Birnen. Wer ist jetzt mal ne Birne, Leute? Passt auf. Oder am besten zwei. So. Ey, das Video ist heute so lehrreich für euch. Das ist unfassbar. Ihr lernt heute einfach, wie man einen Briefkasten verschieben kann. Und was man auf dem Klo so machen kann. Das ist ja echt heftig, oder? So, wir haben jetzt was gegessen. Jetzt gehen wir aufs Klo. Ich fühl mich wie neu geboren. Ja, sehr schön. Ja, das passiert auf dem Klo. Toll, ne? Nach dem Klogang natürlich erstmal Hände waschen. Yay. Ja, und gerade bei Nacht sieht das hier richtig geil aus. Und zwar. Das ist hier. Gut, jetzt kommt noch ein bisschen Tageslicht rein. Na, ist klar. Aber wenn bei Nacht, wenn dann nur diese blaue Lampie leuchtet. Das sieht echt schön aus, muss ich sagen. Also, da hab ich mich selbst ein bisschen übertroffen hier. Mit meinen eigenen Einrichtungsskills. Ja, ja. Ja. Ich bin mit dem Raum schon ganz zufrieden. Es fehlt eigentlich nur ne Waschmaschine irgendwo. Denn wäre eigentlich alles in diesem Raum hier fertig. Oder? Ja, vielleicht noch irgendwie. Ja. Klobpil fehlt noch. Aber sonst ist alles da. Bitte deine Pfirsiche. Was ist das beste Geschenk bei Cover? Hab aktuell Sternenschauer. Nacht. Falls wer kommen will. Oh, Sternenschauer. Sehr schön. Ich hoffe, ihr seid mit meinem Badezimmer sehr zufrieden. Ja. Gehen wir in die Küche. Die ist noch nicht weit. Also, da fehlt noch ein bisschen was. Da brauche ich noch einen vernünftigen Tisch. Und Stühle und sonst was. Aber, ja. Macht auch schon einen ganz netten Eindruck. Oder, Leute? Wäre das meine Küche bisher? Hier. Eine gelbe Küche. Die hat einfach dieses Ding hier. Hat 130.000 Sternen gekostet. Da habe ich ein bisschen Geld bekommen von einem Abonnenten. Danke dir. 130.000 Sternen für diese Küche hier. Und man kann noch nicht mal irgendwas machen. Also, nicht mal der Wasserhahn geht an. Das ist echt ein bisschen lehm. Und man kann sich noch nicht mal umgestalten. Also, man kann noch nicht mal die Farbe ändern. Das ist echt ein bisschen, ja. Wir haben dich auch nicht. Aber sie sieht trotzdem ganz schön aus. Muss ich sagen. Joa. Eine Kaffeemaschine. Da kommt ein bisschen Kaffee raus. Wenn man sie aktiviert. Genau. Sehr schön. Hier so ein Rührding. Wir backen, backen Kuchen. Ja, Pfeffer, Streu und sowas. Pfeffer, Salz. Eine Weltkugel. Ja, goldes Geschirr. Ne, ganz wichtig. Episch, oder Leute? Kann man aus Gold, ähm, Golderz machen. Genau. Und ein Toaster. Genau. So, hör mal auf jetzt hier. Kuchen ist fertig. Äh, ist echt süß. Ist echt süß. Ja. Wo kriegst du die ganzen Möbel her? Ähm, das ist eine gute Frage. Also, diese Kleinigkeiten wie so Pfeffer und Salz oder auch die Tasse hier, die gab's bei NoCard, ne? Die Küche hab ich von einem an an, von einer anderen Insel. Vom ausgebauten Nepp- und Schleppladen. Ich glaub den Tisch hab ich selber. Den hab ich auch woher. Ich glaub von dem Ballon oder so. Den Toaster gab's bei Nepp. Genauso wie den Globus und das Geschirr hier. Also, vieles ist einfach normal bei Nepp und Schlepp im Laden halt, ne? Genau. Nur das Goldgeschirr. Das hab ich, ähm, von, das hat mir Nico gecraftet. Ich hab ihm dafür Golderz gegeben. Und er hat's dann gebaut, weil er die Anleitung dafür per Flaschenpost bekommen hat. Jo. Genauso wie ich den gräunenden Kerzenständer durch die Flaschenpost bekommen habe. Genau. Ja. Moin, moin an Gamer2DS. Moin. Moin auch an Elis. Spielt. Yay, hi. Moin auch am Farbenwirbel. Wenn man Pius in der Vollstürze Online sieht, man Panik, hat ein Swim zu verwassen und der am Ende privat spielt. Ja, ich spiel halt auch viel privat, weil, ja, ne? Ich hatte ja, ähm, vor kurzem Internetprobleme bis heute, deswegen konnte ich ja leider nicht alles zeigen, was ich hier so gemacht habe. Hätte ich gerne getan, aber, naja, besser jetzt als gar nicht, ne? Und, moin auch an Katze 5000. Moin. Hab 21 Golderz. Ja, moin. Okay. 4 Punkte bei Ash. Äh, da kam schon lange kein, schon lange kein Brief mehr. Deswegen, keine Ahnung, du. Ja, das ist meine Wohnung bisher so. Ich hoffe, ihr mögt sie. Mit meiner Lava-Lampe, mit dem Panda hier. Joa. Wir gehen mal wieder raus. Raus aus dem Haus. Joa. Was muss man machen, damit man bauen kann? Du musst KK eingeladen haben und dann die Credits laufen gelassen haben und dann kannst du dir für ein bisschen Nugmein Wege kaufen. Hallo Sophie, was geht? Hey, wie läuft's so? Ich kann schon voll gut posieren. Ha, tja. Für einen zukünftigen Popstar ist das unerlässlich. Man weiß das schließlich nie, wenn man mal Hatsch machen muss. Ah, ja. Ich habe ein Golderz, ja. Genau. Sehr nice aus. Sehr nice aus. Danke dir. Und was machst du da? Du machst den Weltreihen mit dir selber? Okay. Ja, mach das mal. Viel Spaß. So, ähm. Joa. Und nu? Ähm. Joa. Ich guck mal ins Inventar. Jetzt haben wir hier so. Äh, noch ein paar Wege kann ich hier verlegen. Ich habe von einer Abonnentin auch die Ziegelsteinmauer bekommen. Danke dafür an dich. So, ähm. Ach, ich weiß, was wir machen könnten. Wir könnten mal, damit ich es mal gezeigt habe, hier auch auf YouTube, könnte ich mal jemanden auf den Campingplatz einladen. Ja, ja. Machen wir dies mal. Damit ihr jemanden, also eine Amiibo-Figur, oder Amiibo-Karte besser gesagt, auf den Campingplatz einziehen lassen könnt, müsst ihr an den Ding hier dran, an das Portal genau, und dann auf Camper einladen. Und ich habe hier einige Amiibo-Karten. Und zwar habe ich hier wie viele? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Okay. Und wen finde ich denn ganz süß? Ich glaube, ich nehme mal... Oh, Bienchen. Die ist süß. Nehmen wir Bienchen. So, einmal bitte Bienchen. Jetzt müssen wir die auf den Pro-Controller rauflegen, Karte. Und manchmal funktioniert das nicht, weil, ja, das ist ein bisschen dumm gemacht, und zwar, die Karte passt nicht auf den Pro-Controller. Die ist zu groß, wegen dem rechten Joystick, ne? Kleiner Tipp da an meiner Seite. Wenn ihr die Karte umdrehen tut, die Amiibo-Karte, seht ihr ja auf der Rückseite dieses Amiibo-Symbol. Das muss auf dem Controller sein. Das Amiibo-Symbol muss auf dem Controller sein. Alles andere ist egal. Also, wenn ihr die Karte normal in der Hand habt, und den Charakter normal sehen tut, dreht die Karte einmal um. Also nicht, na, was heißt umdrehen? Also einmal drehen, damit der Charakter auf dem Kopf ist. Dann ist nämlich die Amiibo-Karte, dieses Symbol, dieses Amiibo-Symbol ist dann... ...unten. Das ist schwer zu sagen. Und dann könnt ihr die Karte scannen. Also, wenn ihr die Karte habt, einmal auf Kopf stellen, deine Amiibo-Karte. Und dann könnt ihr sie besser scannen. Das ist ein Tipp von meiner Seite hier an dieser Stelle. So, wir laden jetzt Bühnchen auf die Insel. Genau, und moin an Pascal, Merz und Domtenno-Reactions. Hi. Hallo, hier ist Bühnchen. Was kann ich für dich tun? Wuff. Oh, du bist süß. Noch besser als auf dem Bild hier. Hm, ich soll auf dem Calvin-Platz von Total Land kommen. Das klingt ja supergeil. Ja, komm ran. Allerdings könnte es ein bisschen dauern. Joa. Normalerweise sind sie sofort dort. Und ihr müsst sie dreimal einladen, wie gesagt, damit sie auf eure Inseln ziehen. Deswegen, joa, das ist das erste Mal. Und wir gucken mal, was unsere liebe Bühnchen gleich so zu sagen hat. Heute wieder ohne mobilen Daten. Joa, ich habe heute wieder vernünftiges Internet bekommen. Das ist sehr gut. Gibt es hier was? Ah, liebe Insulaner. Schönes Wort. Am 4. April hat Rudi Geburtstag. Das passiert nur einmal im Jahr. Also macht euch auf eine vernünftige Fete gefasst. Okay, am 4. April. Okay. Nice. Das ist ja bald. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Campingplatz und begrüßen mal unsere Bühnchen. Und zerhauen oder zertreten erstmal unsere Blumen. Ja gut, wenn wir schon hier sind, können wir mal kurz den Stein looten und uns ein bisschen Material gönnen für unsere Uhr. Damit wir gleich die Uhr machen können. Gefühlt kriegst du alles von deinen Zuschauern. Eigentlich nicht. Ein paar Sachen, ja. Aber wie gesagt, wo ich mir... Ich schenke auch gerne immer was zurück. Zumindest habe ich schon einiges zurückgeschickt. Oder geschenkt. Besser gesagt, wenn ich andere Inseln auch privat besucht habe. Kann wieder nicht reden, ey. Sprach in den Bubble, bitte. So, hallo Mareile, was geht? Gänzeblümchen, du solltest dir auch hin und wieder eine kleine Auszeit gönnen. Ja, mache ich später. Machst du wie ich. Flack dich irgendwo hin und schaue dem Gras beim Wachsen zu. Hühnermist. Oh, ich mag Mareile mit ihrem Hühnermist. Die ist schon ganz geil. Kann dir auch was geben. Ja, mal gucken. Und it's Razor. Moin Meister. Hi. Komm auf den Kanal. Äh, auf den Kanal. Alter, ich bin jetzt hier los und Ende. Weil wir hier eine süße Bewohnerin haben. Hallo, Bienchen. Willkommen hier im Stream. Oh Gott. Es ist einfach so toll hier. Danke, dass du mich eingeladen hast. Kein Ding. Was geht? Und ein Sandwich. Es wäre wirklich toll, wenn ich einen Pappbusch. What the fuck. Von hier mit nach Hause nehmen könnte. Man wird ja noch treiben dürfen. Wuff. Ich helfe dir. Komm. Kein Ding. Was würdest du tun? Danke, danke, danke. Ich weiß auch schon genau, wie man das angehen könnte. Sieh dir mal diese Anleitung an. Genau. Weitere Vorteile. Ihr bekommt so gut wie jedes Mal eine Gratis-Anleitung, damit ihr das ganze Ding auch bauen könnt. Also es ist auch ganz gut, wenn man Anleitungen sammeln möchte, jeden Tag einen einzuladen mit den Amiibo-Karten. Morgen früh bin ich weg. Also ja, mach mal hin, ne? Okay, ich mach ja schon hin, ey. Mal ein Bienchen, ey. Du hast doch bald Geburtstag, Pius. Ne, am 7.7. Das ist noch ein bisschen in. Das ist einfach mal in 6, 5, 4, in 4 Monaten. Also das würde ich nicht als bald zählen. Das ist noch ein Drittel des Jahres hin. Also das dauert noch. 7.7. Leute, wisst ihr Bescheid? Tragt jetzt noch einen Kalender ein. Dann müsst ihr mir alle 100 Euro spenden. Kappa. Okay, so. Wir gucken mal, was wir dafür brauchen. Hä? Ah, bitte mal. Sag, Türe nach neustens. Ah, ich muss jetzt mal lernen. Das ist so dumm irgendwie. Ich muss die Anleitung ja erstmal lernen. Den Pappbusch. Oh Mann. Okay. So. Wir wissen jetzt, wie der Pappbusch funktioniert. Okay. Was brauchen wir dafür? Holz und Weichholz. Ja, okay. Das kriegen wir easy hin. Das ist ja gar kein Problem. So. Holen wir unsere Axt raus. Da. Wunderbar. Und jetzt geht's los. So, ein bisschen Holz fällen. Was heißt Holz fällen? Ein bisschen Holz gönnen. Klar, wir sind alle geldgeile Söhne. Ja, klar. Rudi macht mit. Er gönnt uns auch Holz. Sehr gut. Rudi, das gibst du gleich mir, ne? Das ist Bescheid. So. Ich höre wieder irgendwo ein Geschenk. Ich weiß aber nicht wo. Ich habe keine Ahnung. Westenest bitte. Hallo. Oh, du gönnst mir ja gar nichts. Der gönnt ja gar nicht hier. Warte mal, ich gebe mich hier mal hin. Obwohl, der ist noch nicht ausgewachsen, glaube ich. Nee. Hast du Tipps, wie man am besten im Kosting startet? Was heißt startet? Also, das erste Mal? Oder noch nie eins gespielt? Oder wie genau meinst du das? So, ein bisschen Holz. Kann dir auch Kirschung geben. Auch so gar nicht. Ich habe alle. Ich habe alle Früchte. Danke dir trotzdem. So. In sechs Tagen. Einmal bitte. Danke dir. Ehren dich. Schon so lange, ey. Das fühlt sich noch gar nicht so lange an. So. Ähm. Haben wir jetzt genug? Sehr gut. Und ich bin ja ein erfolgreicher Denker. Deswegen habe ich hier auch ein, ein neues, äh, eine neue Werkbank gebaut. Genau. Damit ich nicht immer zum Haus laufen muss. Oder zum Service Center. So. Einmal bitte der Pappbusch für Biene. Ja. Langsam wird das Geld alle. Oha. So. Weiter machen. Können wir auch die Uhr produzieren? Ist das drin? Ja. Eisen, Holz, Wanduhr. Geil. Die tue ich in mein Haus. Auf jeden Fall. So. So. Und was haben wir noch so Schönes? Ukulele. Komm, die machen wir auch mal. Komm. Kann die auch Musik spielen? Bienen. Ja, die ist süß. Eine Biene möchte also lieber einen Pappbusch. Okay. So. Ähm. Kann ich damit was machen? Platzieren. So kann ich die nicht benutzen? Okay. Ja. Feier jetzt nicht so ganz. Wieso ist die dann im Liegen? Wieso steht die nicht? Weiß ich nicht. Naja. Will sie jemand haben von euch? Feier ich jetzt nicht so hart. Dass sie da im Liegen ist. Und dann noch so klein. Und dann. Ja. Hätte besser sein können, oder? Ich höre immer noch irgendwo einen Ballon. Was ist denn der? Ballon. Hier ist eine Mülltonne, by the way. Hä? Ich höre hier irgendwo einen Ballon. Ist ganz leise. Ballon. Hallo. Moin. Süßer. Was geht? Ah ja. Hallo. Ich. Okay. Dir schon. Kein Problem. So. Ganz kurz warten. Wir warten, bis er auf der Brücke ist. Also. Jetzt. Sehr schön. Was ist dort Schönes drin? Ein Bonbon-Frisiertisch? Äh? Ein Bonbon-Frisiertisch? Ein Bonbon-Frisiertisch? Äh? Was? Ja gut. Den brauche ich auch nicht. Feier ist auch nicht so hart. Okay. Aber erstmal gehen wir zu Bienen-Tieren und geben ihr ihren Pappbusch, den sie ja unbedingt haben möchte. Warum auch immer. Was haben die alle mit ihren Pappsachen? Äh. Also ich habe erst einen Bekost noch nie gespielt, weiß bloß so ungefähr, was man da machen kann. Ja. Vielleicht kaufst du dir den neuen Teil. Wäre ganz nice, wenn du Interesse hast. Bei mir ist gerade erst Harvey gekommen. Ja gut. Das ist schon ein bisschen leer bei mir. So. Ja. Ich habe den Pappbusch fertig. Ja. Wir können auch gerne mal zur Insel fahren. Zur Harveys Insel. Dann habt ihr die auch mal gesehen. Das ist heute ein sehr, ähm, inhaltsvoller Stream. Das gefällt mir. So. Wir haben den Pappbusch. Vielen Dank. Ich bin hin und weg. Lass mich im, äh, lasst mich hier hier im Gegenzug schon wieder eine Mini-Strick mitzwitzen. Willst du mich echt verarschen? Ich habe schon drei von den Dingern. Hab die immer verkauft. Weil die scheiße aussehen. Ich würde gerne noch mehr Sauviniers von Town Island haben. Nur kann ich keine weiteren mitnehmen. Morgen muss ich abreisen. Die Insel ist cool und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Okay, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Noch zweimal muss ich sie einscannen und ihr was schenken. Und dann zieht sie auch auf meine Insel. Und das wird mein Ziel sein, die nächsten Tage. So. Äh. Wir wollten jetzt irgendwas noch machen, ne? Muss jetzt wieder los. Kommt wieder, wieder ist. Na, hau rein, Katze. Schöne da wirst. So. Ähm. Wie bekommt man, dass man Wege bauen kann? Nach dem KK-Konzert kann man Wege bauen. Genau. Nachdem die Credits einmal durch sind. Willst du wieder ein Ballon? Nee. Okay. So. Ähm. Oh. Tube macht ein bisschen sauber. Sehr gut. Hallo. Okay. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Steine erstmal ein bisschen gönnen, ne? Ist ja ganz klar. Wir können uns ein paar Steine. Den Wurm habe ich schon. Deswegen juckt er mich nicht. Wurm bekommt man das, das Rathaus. Ähm. Sobald du, ich glaube, fünf Bewohner hast. Das muss, ja genau. Wenn du fünf Bewohner hast, dann sagt Nuck, jetzt ist Zeit für ein Rathaus. Genau. Sobald du fünf Bewohner hast. So. Gönne. Pius, der Einwohner ist jetzt dauerhaft sauer auf mich, weil ich ihn weggestoßen habe. Was? Okay. Dauerhaft glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist nur für ein paar Stunden oder so. Wie bekommt man fünf Bewohner? Ähm. Die ersten zwei bekommst du ja, wenn das Spiel spielt, ne? Die sind ja direkt da. Und, ähm, dann kannst du auf der einsamen Insel jeweils, wenn du die besuchen tust, jeweils immer ein Bewohner einladen und so. Aber die kommen früher und später auch eh. Aber der Vorteil ist, wenn du die einladen tust, dass du die selber aussuchen darfst. Sozusagen. Also dann kennst du die schon, ne? So war es bei mir. Ich habe zwei Bewohner eingeladen und einer kam random. Und der random, ich kann es auch gerne mal zeigen, für alle, die vor ein paar Tagen nicht dabei waren und zwar. Eingeladen. Also das waren meine Startbewohner. Der, der war Start. Mareile war neu. Also, ne? Was heißt neu? Mareile war zum Start dabei. Genauso wie Rudi. Ähm. Durch die ersten drei weiteren Bewohner waren. Und zwar Gabi habe ich eingeladen durch die einsame Insel. Genau. Und Trita. Der habe ich beide eingeladen. Und Tube, der kam so, vom Spiel aus. Und den Carsten, den musste ich einladen, nachdem ich den Campingplatz eröffnet hatte. Dann kam der random rein und wollte einziehen. Deswegen muss ich dem zusagen. In den Norden habe ich durch Amiibo. Ähm. Sophie habe ich durch eine einsame Insel bekommen. Habe ich sie eingeladen wieder. Und Thomas, der ist tatsächlich aus einer anderen Insel ausgezogen. Also, irgendeiner von euch, den ich besucht habe, der hat irgendwann zu ihm gesagt, jo, ich will dich nicht mehr. Oder er hat gesagt, ich will ausziehen. Und dann hat er ja gesagt. Also, die Bewohner fragen dann irgendwann, ob sie ausziehen dürfen. Und wenn du ja sagst, dann ziehen sie um. Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ziehen sie in eine andere Stadt. Von einem seiner Freunde. Und ja, Thomas ist durch eine andere Insel, ich habe gerade den Namen vergessen, wie sie hieß. Die Insel hat er am Anfang gesagt. Umgezogen hierher. Jo. Das ist alles, was ich hier so sagen kann dazu. Und jetzt, Leute, gehen wir mal zur Fotoinsel. Wo wir Fotos machen können. Ja, genau. Wir machen jetzt ein Fotoshooting. Deswegen geht es erstmal in den Airport. Und dann reisen wir zu Harveys Amiibo-Insel. Genau. Damit ich euch das auch mal gezeigt habe hier im Stream. So, hallo, Bodo. Moin. Wir möchten einmal bitte fliegen. Genau. In der Tat. Und zwar möchte ich einmal zu Harveys Insel. Genau. Genau. Da möchte ich einmal hin. Ich bin bereit. Wie bekommt man einen Fußball? Den habe ich ganz einfach bei Nook gekauft. Der war da am Angebot. Kann man nur 10 haben? Das weiß ich bisher nicht. Ich schenke es ihm den Fußball-Mau ein. Und ich kann dir gerne einen bestellen. Das ist gar kein Problem. Was hat er jetzt da gemacht? Was? Ich habe keine Ahnung, was er jetzt hier gemacht hat. Oder egal. Wir reisen einfach rüber. Habt keine Amiibo-Karten. Das ist belastend. Ich habe halt einige. Und die kann ich gleich alle einscannen. Inklusiv Eleonore und sonst wem. Ich habe hier zum Beispiel auch, ähm... Wie heißt der? Nepp habe ich hier. Oder auch, ähm... Carlotta aus New Leaf. Oder auch, ähm... Serena. Ne, wie hieß sie? Serenada. Gott. Und hier Trude, ne? Die Friseurin aus New Leaf. Die habe ich hier auch als Karte. Und ja, ich habe natürlich auch noch einige Amiibo-Figuren. Die können wir auch noch gleich alle einladen. Jetzt machen wir gleich ein großes Gruppenfoto. Ja, ja. Ein schönes, schönes Gruppenfoto. Bestellen wir mal bitte auch einen Fußball. Jetzt wollte alle einen Fußball. Das macht tausend ständig. Okay, Leute? Alle, die hier tausend ständig geben, die kriegen einen Fußball. Obwohl, ich habe mir sogar Verlust, ne? Keine Ahnung, wie das kostet, ey. So. Habe auch kein Amiibo. Belastend. Kann man sein Lager vergrößern? Ähm... Jeweils, wenn du ein Zimmer dazu bekaufst, dazu kaufst, dann kommt auch mehr Platz in deinem Lager. Ist gut zu wissen. Ey, das Film ist so lehrreich, ne? Ihr lernt hier heute so viel. Das ist unfassbar, ne? Ist unfassbar. Und ja, da fragt auch da jemand, wie bekommt man KK auf die Insel? KK bekommst du auf die Insel, wenn deine, dein Insel-Image, wenn das eine Drei-Sterne-Bewertung hat, dann kommt KK. Wie das geht, das musst du selber rausfinden, ne? Wenn du das Rathaus hast, dann wird Melinda dir das schon erklären. So, hallo Habe, moin. Grüß dich. Hallo, wieder mal willkommen auf der Habeys Insel. Was treibt dich zu mir? Bist du havariert? Ja, ich möchte ein bisschen ein Foto machen. Das Studio ist eröffnet. Okay, danke dir. Dann mal rein da. Dann mal rein da. Ah, KK auf Tour besucht nur die Promis. Ah, ich bin da hier der Prominente. Hallo. So, wir kommen hier im Fotostudio, Leute, liebe Freunde. Moin, moin. So, ähm, ja. Jetzt können wir Leute einladen. Und zwar mit unten drücken. Hm, genau. So, Amiibo, bitte. Hm. Wir laden mal ein. Meine Eleonore, ist ja ganz klar. So. Dann nehmen wir Bündchen. So, dann nehmen wir mal Sophie, ist ja auch ganz süß. So, Sophie, alle einscannen. Einscannen. So. Dann nehmen wir mal dazu, ja, nehmen wir mal den Nepp. Nepp. Moin. Ja, dann nehmen wir mal, äh, jetzt werden wir mal gucken, ob, ähm, Carlotta aus der, ähm, Akademie des schönen Hauses auch im Spiel ist. Mal gucken. Ne. Carlotta kann nicht ins Fotostudio eingeladen werden. Heißt, sie ist nicht im Spiel. Heißt, es gibt kein, ähm, Charaktermodel von ihr. Ne, also, sie wurde einfach nicht programmiert. Wir gucken mal nach, ähm, der, ähm, Schlummerhaustante, ob die dabei ist. Die wird nicht mal erkannt, okay. Noch nicht, genau, kann alles noch per Update kommen. Hallo. Der kennt ja noch nicht mal alles, klar. Hallo. Ne, die geht, ah. Ne, auch nicht eingeladen, hat nur zwei Stunden gedauert. Ähm, wir machen weiter. Ähm, ja. Puh, die hatte ich jetzt alles schon. Ne, mal, Barry. Da muss ich hier auch rumliegen. So. Dann, ich hab sogar einen Doppel, sehe ich gerade hier. Trude, die Friseurin, geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Lägt das richtig? Genau, geht auch nicht, okay. Dann gucke ich mal nach meiner Mio-Figur, die ich in der Vitrine habe. So. So. Hab jetzt nochmal vier am Start. Und zwar einmal hier Melinda. Eugen. Nook. Resetti. Was? Der ist nicht... Okay. Ich weiß, dass der diese App hat, aber... Warum der jetzt nicht als Charakter drin ist, keine Ahnung mehr. Dann haben wir noch weitere. Und zwar... Haben wir hier noch Sina. Ne, Tina heißt sie, glaube ich. Oder Sina, Tina, irgendwie sowas. KK. Warte, hat der nix an? Ja, moin. Und jetzt ist interessant, ich habe ja jetzt hier, ähm, ich habe ja die, die Neb, äh, Amiibo-Karte. Jetzt ist interessant, was passiert, wenn ich jetzt die Neb und Schlepp Amiibo-Figur einscanne. Ah, ja. Das ist also eine Zennos-Antwort, okay. Nur bis zu 10, alles klar. Rosina, die ist auch nicht im Spiel, das weiß ich schon. Ach, nee, achso, Rosina heißt sie, ne? Ich bin immer so lost mit den Namen, ich kenne die nicht so gut. Tina und... Doch, Tina und Sina, wer ist denn Rosina? Hallo Pummi, moin. Okay, so. Äh, wir haben jetzt hier meine ganzen Figuren. Und jetzt reißen wir mal ganz kurz alles ab hier. Und zwar weg damit, mit dem ganzen Zeug. Entfernen. Entfernen. Jetzt müssen wir noch die Kulisse aufbauen. Entfernen. Weg. Da. Mit. Raus mit den Viechers. Okay. So, jetzt das Lager öffnen. Jetzt können wir alle, ähm, Items, die wir haben, können wir jetzt hier irgendwo hinbauen. Genau. Gibt's hier auch Tapeten oder so? Ah. Ah, ja. Joa, ne, mal so ne... So ne Ziegelsteinwand. Genau. Ne, mal hier so ein... So ein Holzboden. Joa, es sieht aus wie so ein bisschen draußen oder so, wie so ein Kaffee. Wollt ihr auch mal irgendwas Schönes hier bauen? Warte mal. Rüben. Ach so, ja, stimmt. Stimmt. Rübenpreis. Ach so, ne, ne, ne. Ich bin lust. Ich sagte eben, die hieß, ne, ne. Die hieß ja Gertrud. Trude. Ne, wie hieß die, ey? Ich bin am Ende. Ah ja, was ist bei euch der Rübenpreis? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Habe ich heute noch nicht geguckt. So, ähm... Was nehmen wir jetzt hier, ey? Nehmen wir mal... Machen wir was ganz Romantisches. Sind Wasserdingen hier rein? Wollt ihr wie, ne. Ja, ne. Was soll ich jetzt hier bauen, ey? Boah. Puh. Was soll ich hier bauen, ey? Da können wir das Sofa mal reinkommen. Nehmen wir das Sofa. Ein Bett. Liegestuhl. Wir müssen die alle irgendwo unterbringen, ne. So, das Sofa kommt hier hin. Durchs Anklicken kann man es verschieben. Das Bett kommt hier hin. Aber bitte einmal drehen. So. Alle kriegen hier den Platz. So, ähm... Eugen ist ja der Penner. Der pennt ja immer. Deswegen, Eugen, ins Bett mit dir. So, ähm... Obwohl, warte mal. Der Boss kommt... ...auf die Liege. Ich bin ja hier der Chef. Ich gönne mir die Liege. Ne, er sieht kacke aus. Keine Liege für Pius. Der hat noch die Augen offen, aber ne. Der hat die Augen zu. Ähm... Ja, äh... Ja, wir suchen mal weiter nach Müllwinn. Wenn man die Nap und Schlepp Amiibo auf Harvest Insel einscannen, kann man aussehen, ob man Schlepp oder Nap importieren möchte. Ah, das ist ja, danke dir, Daniel, für die Info. Boah, was nehme ich jetzt hier alles, ey? Ich bin überfordert, ey. Ein Schlitten. Einer sitzt auf einem Stein. Ich glaube, ja, K.K. ist jetzt auch so ein Stein. Da vordern oder so. Mal gucken. Äh, ich bin hier überfordert, ey. So viele Leute hier eingescannt. Nein! Ja, das sieht man hier nicht, ne? Ah, Mann, ey. Ja, du wirst jetzt mal in die Gang kommen, hier. So, du sitzt dich da mal hin. Du auch. Alle hinsetzen, bitte. Und Eleonore. Ne, der Kleine kommt nach, der setzt sich hier hin, genau. Eigentlich sollte er sich drehen, aber er macht die jetzt irgendwie nicht. So, ähm, Eleonore. Wir müssen sagen, warte mal. Klassenfoto, ja. Der Fotograf so. So, du gehst jetzt mal da hin. Du gehst jetzt da hin. Und du gehst jetzt da hin. Okay, ich suche einfach ein paar Sachen und dann starten wir mit dem Bild. Ich will jetzt hier in 100 Jahren rumhocken, ne? So, ein Hocker. Äh. So ein paar Einzelstühle hier, bitte. Und jetzt habe ich noch eine Idee. Mein Liebespaar. Und zwar Pius. Und Eleonore. Die kommen auf die, auf das Sofa. Das Doppelsofa, genau. Oh, no, no, Pius. Aufs Doppelsofa mit dir. Okay. So. Und. Der setzt sich da hin. Biene. Geht. Auch da rauf. Mit bestes Bild, Leute. So, da haben wir ja noch unsere Sophie. Ich stelle sie einfach daneben so hin. Obwohl. Kann man in die Tür da reingehen. So, für Melinda habe ich schon was geplant. Und zwar. Ach, die Tür ist im Weg. Scheiße. Da. Nee, dann kann das hier nicht so sein. Geht halt nicht. Es ist so schwierig geworden. So. Melinda geht aufs Klo. Das wird Nico freuen, Kappa. So. Ja, der geht einfach, die geht einfach hier mit dem Stuhl hin. Komm, Tür brauchen wir nicht. In den Neuren neben Pius, genau. Klassenfoto. So. Geh da hin. Auf damit. So. Ähm. K.K. Setzt hier auf den Hocker. Joa. Und die stellen sich irgendwo dahin. So. Aber bitte umdrehen. Wie kann ich das denn mitmachen? Ah, drehen. Nein. So. So. In die Kamera gucken, Leute. Wo sind wir denn hier? So. Und du auch, K.K. Kann ich dir irgendwas in die Hand drücken? Du siehst so ein bisschen aus, als hätte jetzt gerne irgendwas in der Hand. Kannst du dich bitte bewegen? Bruder. Weeg dich. Wieso bewegt er sich nicht? So. So will er sich jetzt nicht bewegen? Ach, das ist ein Krampf, ey. Na, hier will er es. Aber auf dem Ding da nicht, oder was? Er setzt sich bitte gerade drauf. Vielen Dank. So. Jetzt noch du noch. Du Kek da. So. Okay, jetzt ein Bild machen, bitte. Okay, so. Bild machen, bitte. Einmal bitte alle winken. Ach, für alle jetzt, oder was? Das ist ja auch nur einmalig, oder was? Ja gut, dann lassen wir das. Ähm. Ja, ich bin jetzt hier fertig. Kriegt die überhaupt alle auf dem Bild jetzt drauf? Ist das dein Ernst? Ist das dein... Ich rufe vielleicht die Polizei. Ach, Mann. Wieso kann ich denn jetzt... Was ist das denn? Wieso bin ich jetzt an mich gebunden mit der... Oh, ist das dumm. Warte mal. Ach, wir können doch bewegen, ne? Ja, okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Aber ich möchte jetzt ein bisschen rauszoomen. Das geht dann jetzt nicht. Aha. Sehr schön. So, meine lieben Freunde. Alle in die Kamera gucken. Sehr schön. Wir haben ein Gruppenbild gemacht, Leute. Das Klassenbild ist fertig. Obwohl, warte mal. Ne, nochmal neu. Ich will nicht für immer ein Bild haben. Mit meiner Atemmaske. Wieso kann ich jetzt meine Atemmaske nicht... Willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Kann ich jetzt mich ernsthaft nicht umkleiden? Ne, warte mal. Würde mich gerne umkleiden. Ah, hier doch. X. Ach, ist das dumm. Wieso kann ich einfach mein Inventar öffnen? Äh. Na gut, dann ziehen wir uns mal ganz schön an hier. Äh. So was hier. Nee, die Hose. Jawohl. Das ist ein Premium-Outfit. Ja, Mann. Erstmal das Mundschutz weg hier. So. Der Klassiker. Ich drücke Minus. Statt Plus fürs Speichern. Man kennt ihn. Das ist schon so oft passiert. Jedes Mal eben hier drauf, ey. Jedes Mal das selbe Theater. So. Tasche weg. Fürs Foto brauchen wir keine Tasche. Okay. So. Jetzt bitte nochmal. Moin, der Pupsi. Fuck X. Hallo. Cheeseburger. Genau. Cheeseburger. Das ist ein Bild, Leute. Gucken Sie bitte alle in die Kamera. Ah. Ah ja, so. Okay. Alle in die Kamera bitte. Und ich mache sogar noch eine Emotion. Und zwar Freude. Alle in die Kamera. Sehr schön. Ein schönes Gruppenbild. Sieht das ungewohnt aus. So ein Mundschutz. Ja. Okay. So, das war's. War schön hier. Haut rein, Kollegen. Ja, es gibt halt hier mehrere Räume, wo man halt dann so mehrere Fotostudios bauen kann. Die bleiben auch gespeichert. Also, wenn du jetzt abhauen tust, beim nächsten Mal wiederkommst, an einem anderen Tag und so. Hat geblinzelt jetzt ernsthaft. Warte mal. Laber nicht. Doch, passt doch. Ist doch alles gut. Ja gut. Ja, Augen sind jetzt nicht offen, aber ich freue mich halt. Das ist jetzt der Freu-Emote. Das ist doch ein ganz schönes Bild. Okay. Ja, und wie gesagt, ähm, die Bewohner sind zwar beim nächsten Mal weg. Also, die muss man ja neu einscannen und so. Aber man kann halt sozusagen drei verschiedene Kulissenräume abstellen und die bleiben halt auch gespeichert. Das ist eine sehr schöne Sache. Und auch gut zu wissen, auf jeden Fall. Ja. Das war einmal das Fotostudio hier in Animal Crossing New Horizons mit den Amiibo-Karten und Figuren. Ich weiß gar nicht, ob man die auch irgendwie, ähm, da anders nutzen kann. Oder ob das halt wirklich nur mit Figuren geht. Erklärt mich da gerne im Chat auf. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kam Harvey als erstes neu dazu im Animal Crossing New Leaf Amiibo, ähm, Update. Da kam das dazu. Und jetzt geht's ab zurück zu Toad Island. Moment. Wir hauen ab nach Hause. Hat ja auch lang genug gedauert, ne? Wir waren ja lang genug unterwegs. Aber, Leute, jetzt ist Ende. Wir reisen zurück. Genau. Ich mag Lenore gar nicht. Sieht aus wie eine Putzfrau, die von Pius versklavt wird. Ach. Ich schenke einfach irgendwann mal was Neues und dann... Ach, das ist noch eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Und zwar ist mir einmal schon passiert, dass, ähm, Bewohner Kleidung, die man einem schenken tut, sofort anziehen. Das ist ganz nice. Und zwar... Äh... Jetzt ruft er mich wieder an, ne? Ah ja, jetzt sagt mir Harvey, dass, ähm, alle Bewohner, die ich eingescannt habe, ich mir nun als Poster kaufen kann bei Nook Shopping. Ich würde sagen, da gehen wir mal ganz kurz hin. Zur Vollständigkeit halber. Ja, ja. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Ja. Und moin an Alpha Strike HD. Moin. So. Was machst du heute? Ähm, Inselbesuch machen wir heute nicht. Ich habe heute so viel anderes Zeug gemacht hier. So. Ähm. Nook Shopping, bitte. Ja. Hm. Und zwar jetzt bei den besonderen Waren. Da kann man... ... haben wir heute ja doch ein Poster. Ja, immerhin das, ne? Immerhin ein Poster haben sie, wie man sieht. Ja, habt ihr ja alle mal gesehen hier, Trude. Das wäre mal komisch. Das wäre mal komisch. Man kann die einscannen. Sie erscheinen aber nicht, aber es gibt Poster von denen. Ah, ja. Ja. Bestellen wir doch mal ein... Das ist süß. Nehmen wir mal so viel Poster, komm. Genug. So, was gibt es heute so? Klimmzug, Rasenmäher. Ja, gut. Jetzt nichts Besonderes hier im Shop. Okay, nehmen wir mal einen Song mit von KK. Damit ich bald irgendwann alle habe. Ja, mal gucken. So. Jetzt bin ich erstmal hier durch. Und wollte ich noch irgendwas... Ah ja, ich wollte noch in mein Haus gehen, auf jeden Fall. Wegen der Uhr. Genau. Genau, ja. Das Bild zum Streamen hier. Das Bild, was wir eben gemacht haben. Das kommt demnächst auf Twitter. Das heißt demnächst, also später, ne? Lade ich es auf Twitter hoch. Ja, ja. Das große Klassenfoto. Ja. So. Wir gehen in meine Hütte. Wir gehen in meine Hütte. KK isst vor allen anderen und Scheinwerfer auf ihn. So. Ähm. Meine Uhr. Wo kommt die denn hin? Am besten in die Küche. Weil wenn man ja irgendwas macht, was man mit Zeit macht. Also zum Beispiel im Backofen oder so. Weil es ja ganz praktisch, wenn man die Uhr hat. Ja, da so hin. Dafür nutzen wir das neue Tool, ja. Und nehmen jetzt unsere Eisenuhr. Genau. Aber nicht da hin, aber nicht da hin natürlich, sondern... Ja. Ja, vielleicht da hin. Ja. 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 Sehr schön. Das ist schön. Das ist subi. Da haben wir jetzt eine schöne Uhr, Leute. Jo. Und sonst so. Ah, das Windrad. Da müssen wir noch einen schönen Ort suchen. Stimmt. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Und zwar kann man sich bei Nuk auch so riesen Sachen bestellen. Wie ein Windrad. Und das dann irgendwo platzieren. Und das machen wir auch mal. Genau. Das machen wir mal. Suchen wir uns einen schönen Ort. Ein schönes Ort. Ein schönes Ort. Einen schönen Ort. So heißt das hier. Für das Windrad. Genau. Genau. Ist das Stadt irgendwie gestorben? Oder schreibt keiner mal irgendwas? Lebt ihr noch, Leute? Lebt ihr noch? Oder seid ihr schon gestorben? Auf einmal Internet macht ihr mit heute. So. Wir suchen einen schönen Platz. Für das Windrad. Ja. Genau. Wo am besten hin? Ich glaube, ich mache es da. Obwohl. Ich mache es irgendwo hin, wenn man es auch sieht. Ja. Sehr gut. Einzelnen Chat. Genau. Wer lebt noch? Einzelnen Chat, wer noch lebt? Ich lebe nicht mehr. Oha. Oh, hier ist Unkraut. Weg mit dem Unkraut. Ey. Weg damit. Wir sind hier eine Drei-Sterne-Insel. Hier gibt es kein Unkraut. Summer. Ich glaube, es hackt. Okay. Wo machen wir das Windrad hin? Ich würde sagen, wir machen es hier hin. Joa. Fürs Erste kann man ja immer wieder umstellen. Jawohl. Hm. Ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt. Deswegen machen wir es hier am Rand, damit man es auch am besten noch von unten sehen kann irgendwie. Aber bitte drehen. Drehen. Ich liebe sowas. So. Perfekt. So ist es nicht gemeint. Okay. Perfekt. So kann man es stehen lassen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das Ganze von unten so aussieht. Gleich zumindest. Zwei auch sehr gut. Eins, zwei in Chat. Sehr gut. Wir haben unser Fossil. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze von unten so aussieht. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter. Ich habe inzwischen auch eine Axt, die man, womit man auch Bäume zerstören kann. Boom, boom, boom. So. Jetzt soll das Ganze besser sein. Wie kennt man die leider? Die könnte man ja irgendwie am Anfang. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, so ein bisschen sieht man es jetzt. Ja, vielleicht baue ich es noch anders, woanders hin. Mal gucken. Ja, so ein bisschen sieht man es ja schon, ne? Ist doch ganz süß. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war es für den heutigen Stream. Ich habe immer noch was zu tun, Rode. Und beim nächsten Mal besuchen wir dann wieder eure Inseln. Für heute ist aber erst mal Schluss. Und deswegen sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Wir haben heute viel erreicht. Wir haben das erste Mal die Wege bekommen. Wir haben das K-K-Konzert erlebt. Wir haben einige Spenden bekommen. Dankeschön an Silvia unter anderem. Und an Anwalt Toad. Und ja, ich bin sehr froh, dass mein Internet wieder funktioniert. Deswegen können wir jetzt wieder regelmäßig streamen. Auch mal wieder was anderes aus der Animal Crossing. Für die Abwechslung, ne? Mal wieder was anderes aus der Animal Crossing. Wird es auch wieder geben. Weil im Grunde haben wir jetzt erst mal viele erreicht im Spiel. Ich werde offscreen die Wege verlegen. Und so fürs nächste Mal. Genau. Und ja, wünsche euch einen schönen Freitagnachmittag. Und falls ihr den im Spiel noch nicht geliked habt, macht das gerne. Das würde mich freuen. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und die Glocke aktivieren. Und vielleicht auf Discord kommen. Link zum Discord-Server, Twitter, Instagram, alles in der Beschreibung. Ja, bis zum nächsten Mal. Und einen schönen Freitagabend euch noch. Gute Nacht. Äh, äh, gute Nacht. Äh, nein. Äh, ja, tschüss. Schönen Nachmittag. Oh, Mann. Äh, ja, tschüss.